Die Erwartung von uns ist natürlich auch nett, dass wir irgendwelche perfekte Menschen hier vor uns sitzen haben. Das sind wir auch nett und das suchen wir auch nett. Wir suchen immer noch Menschen und keine Computer. Sind wir nett? Manche Bewerber entschuldigen sich dann ein bisschen, wenn sie sagen, oh, ich habe mir da was aufgeschrieben, ich habe mir zwei, drei Fragen notiert. Ja, bringen die mit. Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler und das ist unsere Leonard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Zuhören, Eintauchen, Dabeise und die Freude am Bauen erleben. Hi zusammen und willkommen zur nächsten Gelbtöne-Episode. Wer ist heute mit am Start? Zwei. Ich bin nicht mehr allein. Ein Upgrade. Und zwar zwei Personen, was sie eint. Die Sportbegeisterung und die Begeisterung für Berge. Katharina und Daniel. Was sie unterscheidet, sie kommt eher mit sieben Seiten Vorbereitung und er schüttelt sich die Seiten eher spontan aus dem Ärmel. Und damit hallo Katharina und Daniel. Hi. Hi. Schön, dass ihr beide meiner Einladung gefolgt seid. Unser heutiges Motto ist nämlich Partner in Crime, worauf es im Bewerbungsgespräch bei LW ankommt. Und wir bekommen damit heute von Katharina und Daniel die Perspektive der HR-Business-Partner. Und da kommt schon das erste Schlagwort, was wir am besten erklären, weil der Begriff hört sich immer cool an, finde ich. Aber die meisten können sich wenig darunter vorstellen. Was macht denn ein HR-Business-Partner, Daniel? Ich würde es so beschreiben, beziehungsweise landläufig laufen wir unter dem Begriff der Personaler. Also wir sind natürlich die Kollegen bei LW, die im Personalmanagement arbeiten, die sehr viel mit Führungskräften zusammenarbeiten, was Einstellung von neuen Kollegen angeht. Aber was auch die Betreuung, die Begleitung von Mitarbeitern angeht, auch sicherlich, was das Thema Führung, Führungsmethodik, Organisation angeht, Struktur. Also da kommen wir mit einem Seitenblick und unterstützen die Führungskräfte und die Bereiche in allen Personal- und Organisationsthemen. Deckt sich mit deinem Verständnis? Ja, also ich hätte jetzt auch, würde ich sagen, Sparing-Partner für die Führungskräfte sind da im Austausch über die, wie es ja Daniel sagt, über die personalrelevante Themen. Es sind aber gleichzeitig, das ist schon auch wichtig, nicht dem Bereich der Führungskraft zugeordnet, sondern Vertreter, die Interesse oder personalwirtschaftlichen Ziele von Leonhard Weiß. Also auch bereichsübergreifend, sage ich jetzt mal, ist da unsere Verantwortung, dass wir da eine gemeinsame Richtung gehen und jetzt nicht nur die Sicht vom Bereich vertreten. Okay, und kein Silo-Denken, sondern Big Picture. Und in dem Fall, weil der Begriff ja ein bisschen auseinanderpuzzle, kann man sagen, Partner ist das Supportende, das Begleitende, ausgerichtet an der Geschäftseinheit, damals der Business-Partner. Wenn man auf Deutsch übersetzt, Human Resource, also die Ressource des Menschen, also alles, was mit Personen zu tun hat, mit Menschen zu tun hat. Und da einfach der Partner des Geschäfts. Des Geschäftsbereichs, genau. Alles verenglischt. Ja, verenglischt. Es hört sich cool an, aber meistens kann man sich da nichts darunter vorstellen. Aber in dem Fall, ihr seid auf der Suche nach Menschen für die jeweiligen Geschäftsbereiche, übergreifend für das Big Picture und dann seid ihr die Partner. Unter anderem. Das passt ganz gut. Unter anderem sitzt man euch dann auch Auge in Auge im Vorstellungsgespräch gegenüber, im Bewerbungsgespräch. Und welche Erwartungen es da gibt, welche Hacks ihr uns möglicherweise verratet und was für euch beide besonders entscheidend ist, erfahrt ihr hier und jetzt. Und dabei würde ich sagen, let's go. Nämlich das ist zur Einstiegsfrage, nachdem wir die Definition vom HR-Business-Partner eurer Rolle dargelegt haben. Ihr beschäftigt euch ja jeden einzelnen Tag mit Menschen im Fokus HR, Human Resource, Mitarbeiter, die LW weiterbringen. Wie seid ihr denn da hineingeraten, Katharina? Ja, also bei mir hat sich der Weg tatsächlich schon relativ früh abgezeichnet. Ich habe im Rahmen vom Studium, konnte ich ja verschiedene Abteilungen schon kennenlernen und habe dann schon bei meinem ersten Einsatz in der Personalabteilung damals gemerkt, irgendwo da ist Herzblut, da ist Leidenschaft, das macht mir Spaß. Die Themen, ja, hat mir gefallen. Und genau so war es dann letztlich nach dem Studium, dass da eine Stelle frei war in der Personalabteilung. Und ich hatte das Glück, dass ich die besetzen durfte. Und so hat sich eigentlich der rote Faden durch die Personalabteilung bis heute bei mir durchgezogen. Sehr cool. Das heißt, du hast deine Ausbildung auch bei Leonhard Weiß gemacht? Nein, ich habe davor bei einem anderen Unternehmen gearbeitet, zehn Jahre. Genau, bin jetzt seit, also ja, letzten Jahres Februar 22 bei Leonhard Weiß. Okay, deine Leidenschaft hat sich in dem Fall im HR-Bereich manifestiert. Ja, genau. Da hat es sich gehalten. War dir ähnlich, Daniel? Ja, nicht ganz. Ich bin jetzt eben, ich habe gerade gerechnet, ich bin jetzt im 23. Berufsjahr. Ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht. Ich fand es aber immer schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten oder mit Menschen was zu tun. Also ich habe eine Ausbildung gemacht im Sozialversicherungsbereich. Viel, viel Recht, viel Hintergrund, aber auch viel Mensch, viel Kundenberatung. Und da hat er immer schon irgendwo Berührungsbundes zur Führung irgendwann gehabt, hat er nochmal studiert. Und dann kann er irgendwann mal Leonhard Weiß ums Eck. Sie suchen damals noch den Titel Personalreferent. Das war jetzt vor gut sieben Jahren. Und dann denke ich, naja, höre ich mir mal an. Leonhard Weiß, tolle Firma, tolle Arbeitgeber, guten Ruf hier in der Region. Ich komme aus der Region. Ja, und seitdem bin ich jetzt hier. Seit, seit, ja, zum 1. Oktober werden sieben Jahre. Ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich mag es aber auch einfach einen Blick auf, auf Systeme, Organisationen zu haben. Und bei LW gibt es einen relativ großen Freiraum, wie man da seine Arbeit gestalten kann. Und das macht es dann aus. Und so bin ich reingeraten, ja. Okay, also Systeme, Menschen und Freiraum. So ein bisschen zusammenfassen will, seid ihr reingeraten. Aber in dem Fall der Spaß daran, mit Personen zusammenzuarbeiten. Und in dem Fall für das Big Picture, was wir vorhin hatten, gemeinsam zu wirken als Partner. Sehr gut, ihr habt den Einstieg schon geschafft. Könnt ihr durchatmen. Gerade so, ja. Dann steigen wir doch mit der ersten Frage chronologisch ein. Ihr führt ja Bewerbungsgespräche, zumindest ein Teil eures Daily Businesses. Aufregung und etwas Anspannung gehört ja von Bewerberseite immer dazu. Also war zumindest das bei mir so. Ein Podcast vielleicht auch. Mich würde jetzt aber mal umgekehrt interessieren, wie habt ihr euch denn gefühlt, als ihr das erste Mal ein Bewerbungsgespräch geführt habt? Also nicht euer erstes Bewerbungsgespräch als Rolle Bewerber, sondern die Rolle in dem Fall HR Business Partner. Ist da die Aufregung auch da, Katharina? Ja, also ich kann mich noch gut an die ersten Gespräche erinnern. Ja, und die waren auf jeden Fall geprägt durch Anspannung und Aufregung. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und so eine gewisse Aufregung, glaube ich, gehört auch dazu, dass das auch was Gutes wird. Damals war es allerdings noch tatsächlich anders als jetzt heute. Die Gespräche waren noch eher geprägt durch, also du hast es vorhin auch gesagt, siebeseite. Jo, also Vorbereitung siebeseite, das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber also ich habe da noch sehr viel Wert auf so einen strukturierten Fragebogen auch gelegt. Wirklich sehr viel vorbereitet im Detail. Und bis man dann natürlich im Laufe der Zeit die Erfahrung gesammelt hat und gemerkt hat, Oha, also das Ergebnis hängt gar nicht von irgendeinem Fragebogen ab, der da perfekt beantwortet ist und den ich genau auf jeden Mensch und jede Stelle und jede Person wie eine Schablone übertragen kann. Also so ist es gar nicht, sondern das Ergebnis oder der Kern hängt vielmehr von dem Inhalt vom Gespräch auch einfach ab. Also den Abgleich einfach zu schaffen zwischen dem, was sucht der Bereich, die Führungskraft und was sucht der Bewerber, was möchte der Macher und natürlich, dass letztlich die Chemie, das Menschliche auch passt. Also dass der Inhalt von dem Gespräch so das Maßgebliche ist. Ja, aber da muss man reinwachsen, die Erfahrungen sammeln. Aber so hat sich das natürlich verändert und ja. Also der inhaltliche und der fachliche Match. Aber finde ich ganz spannend, kann ich auch aus meiner Laufbahn so bestätigen, vor allem am Anfang vom Berufsleben, dass man sich bei bestimmten Situationen extrem viel vorbereitet, wo man später auch gar nicht mehr die Zeit für hat. Ja. Aber man braucht es irgendwie, um sich selber an was greifen zu können. Aber ich glaube generell auch solche Strukturen oder Schablonen, die man auf alles übertragen kann, funktioniert immer weniger, weil man da einfach den Menschen nicht gerecht oder weil wir viel zu unterschiedlich sind. Ja, ich glaube halt auch, gerade wenn ein Thema für einen neu ist, bereitet man sich vielleicht dann auch nochmal einen Tick mehr vor, was einem ja auch Sicherheit verschafft. Also jetzt aus Bewerbersicht bereitet man sich ja auch vor mit dem Ziel, dass man irgendwo eine Souveränität oder Sicherheit dann mitbringt. Und so das Lockere, das kommt ja dann im Lauf der Zeit. Ja, aus dem Moment heraus, da kommen sowieso die coolsten Sachen bei raus. Aber das kann ich bestätigen. Ich würde so ganz kurz ein bisschen die Snackerschen aufmachen. Katharina und ich, wir hatten ein gemeinsames Vorstellungsgespräch. Katharina als Bewerberin und ich von Seiten von Leonard Weiß. Und ich kann ja schon bestätigen, dass sie da sehr, sehr gut vorbereitet war und schon wusste, also A, was sie will und aber auch B, wie Ticklehrer weiß, das war beeindruckend. Aber das sieht sich jetzt auch durch. Also sieben Seiten aufgeschrieben und... Ich habe keine sieben Seiten hier. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich habe hier ein paar Stichpunkte. Und da gut vorbereitet. Ja, ja. Aber Moment, da habe ich gerade rausgehört. Du hast das Bewerbungsgespräch geführt mit der Katharina damals. Es waren, glaube ich, zwei Vorstellungsgespräche und bei einem war ich mit dabei. Ja, ja. Ah, sehr cool. Aber das heißt, okay. Das passt ja in dem Fall auch zum Motto. Katharina weiß, wie sie es fühlt, wenn ich Fragen stelle. Ah, okay. Aber die war da rührend und freundlich und nett. Da gibt es ja schon eine gemeinsame History. Perfekt. Genau. Wie war das bei dir, Daniel? Mich hast du nicht gefühlt, als du das erste Mal ein Bewerbungsgespräch geführt hast? Ich habe gerade echt überlegt, wann ich zum ersten Mal auf der anderen Seite von einem Vorstellungsgespräch sache. Also du sitzt ja, zur Wahrheit gehört auch, du sitzt alleine auf der anderen Seite von einem Vorstellungsgespräch. Das ist ja auch das, wo man, glaube ich, aufpassen muss immer ein bisschen. Bewerber ist immer eine Person und dann sitzen zwei Porträter der jeweiligen Firma gegenüber. Du hast immer ein Ungleichgewicht. Eins zu zwei, eins zu drei und dann wird es schon kritisch. Also ich, wenn da mal vier gegenüberrocken und es ein Bewerber, das könnte natürlich auch irgendwo ein Hemmschuh für einen Bewerber sein. Anderes Thema, aber so ein bisschen, worauf man achten muss. Also Verhandlungspsychologie, wenn du drei Personen auf einer Seite sitzen hast und eine auf der anderen Seite. Ja, wir waren ja keine Tribunals auf dem Vorstellungsgespräch. Das soll ja alles nur irgendwo nett und freundlich und höflich sein und dass sich alle wohl fühlen. Zu deiner Frage, boah, das war sicherlich irgendein Vorstellungsgespräch für irgendeinen Azubi bei meinem alten Arbeitgeber. Da war es auch vom System her ein wenig anders. Das war ein Einstellungsverfahren, so ein Assessment Center. Und da war der Einstieg über eine ganz klare Beobachterrolle. Katharina hat es vorhin erklärt, das waren ganz strukturierte Fragen. Und dann war damals meine Aufgabe zu den strukturierten Fragen, die Antworten des Mitarbeiters relativ klar und deutlich mitzuschreiben. Nicht zu werden, sondern nur das praktisch zu dokumentieren, was auch der Bewerber tatsächlich gesagt hat, um danach dann einen Überblick zu kriegen. Ganz anderes Spielsystem, wie es heutzutage modern ist. Das war so mein erster Eindruck im Vorstellungsgespräch. Wie alt war ich da? 20? Da fühlt man sich, wenn man ehrlich ist, auch schon ein wenig cool. Also das ist so ein Motto, ah, jetzt hier, Azubi und ich habe mich da, glaube ich, schon ziemlich cool gefühlt. Also, was natürlich falsch, aber was die falsche Haltung eigentlich ist. Ja, aber man kann es nachvollziehen. Wenn man da auf der anderen Seite ist und die andere auch öfters erlebt hat, also jetzt endlich mal auf der anderen Seite, um die Erfahrungen zu machen, das kann ich nachvollziehen, dass das cool ist. Ja, vielleicht Einblicke, die man nicht jeden Tag erhält. Nächster halt, Erwartungen. Was erwartet ihr von euren Bewerbern bei Leonard Weiß? Was ist euch da besonders wichtig? Also, ich glaube, zur Kultur von Leonard Weiß passt, dass der Bewerber einfach authentisch ist. Also, wir wollen da niemanden haben, der sich einfach stellt, der, der, ja auch mit Fachtermini so wirklich um sich, um sich wirft und auch vielleicht den Manager raushängt oder uns beweisen will, dass er jetzt so der Allerbeste ist mit der relativ großen Haltung. Authentizität finde ich ganz schön, ein schwieriges Wort. Ich glaube, schön ist auch, wenn der Mitarbeiter einfach sich selber selbst reflektiert ist, wenn er ganz genau weiß, hey, wo liegen meine Stärken, was kann ich gut und wo liegen auch noch Potenziale. Passt aber einfach ganz gut zu unserem Leitbild, das ist das stärkenorientierte Vorgehen. Und das finde ich ganz schön, Fachkompetenz können wir jetzt als Businesspartner gerne bewerten. Wir haben ja immer auch noch… Deshalb sitzt ihr ja nicht alleine im Bewerbsgespräch, sondern an der Seite als Partner mit den Fachbereichen. Genau, und die haben aus meiner Sicht eine bedeutende Rolle im Vorstellungsgespräch, weil die müssen nachher gucken, passt es fachlich, ist er fachlich fit und kann ich mir auch ein Teamgefüge vorstellen. Also das ist immer important. Ich muss ja am Ende mit ihm oder ihr dann zusammenarbeiten, das wird ja dann ein Team. Ja, was auch hilft, wenn er vorbereitet ist, was über Levert Weiß weiß, sich auch mal die Stelle angeschaut hat, ein gewisses Verständnis für die Stelle hat, in seiner Wahrnehmung. Es ist immer schön, wenn sich jemand Gedanken macht, wir suchen eine Stelle X und wie könnte die in seiner Wahrnehmung aussehen. Wir haben natürlich auch die Aufgabenbeschreibungen mit drin, aber das ist nur ein Abriss von dem, wie dann nachher tatsächlich die Stelle eben im echten Leben ist. Und da hilft es, glaube ich, wenn der Bewerber in einer gewissen Vorstellung kommt, wie die Stelle aussehen könnte in seiner Wahrnehmung nach. Und dann kann man da ganz gut damit arbeiten, ja. Okay, also Vorstellung von der Rolle der Stelle. Auf der anderen Seite, die Authentizität sei, wie du bist, dann klar. Ähnlich bei dir, Katharina? Ja, also deckt sich eins zu eins. Ein ganz authentisches Auftritt ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich meine, klar ist manchmal leichter gesagt als auch umgesetzt, weil wir natürlich dann auch schauen müssen, dass wir die Atmosphäre dafür hinbekommen, dass der sich auch irgendwo wohl fühlt. Aber ja, grundsätzlich halt die Bereitschaft auch, da offen zu sein, über die Themen, über den Lebenslauf da zu sprechen. Und wenn der sich da letztlich, ich sage mal, ein Facharbeiter nach seinem Feierabend dann in seiner Arbeitskleidung kommt, ist das genauso okay. Weil, ja, also wir sind Bauunternehmer und für uns ist das da jetzt nicht ausschlaggebend, dass man hier im Krawatte und Anzug da sitzt. Also das zum authentischen Wohlfühlen gehört einfach, dass ich auch so sein kann, wie ich bin. Ich muss mich nicht vorstelle, sondern ich darf einfach die Person auch widerspiegeln, die mich auszeichnet. Und genau das sucht man ja auch. Was für mich auch wichtig ist, so das Interesse für die Stelle oder auch für Leonhard Weiß, heißt, dass ich das schon spüren kann. Also keiner wird hier zu einer Stelle irgendwo gezwungen oder hergetragen, sondern ich möchte schon bei den Bewerbern gern auch spüren, dass sie auf die Stelle Bock haben, dass sie, was sie an der Stelle reizt, was sie, ja, was sie vielleicht an Leonhard Weiß reizt, was sie einfach für persönliche Ziele da auch haben, dass sie sich dahingehend vorbereiten. Daniel hat das Thema Vorbereitung angesprochen. Also ich möchte einfach die Motivation, den Wille, so das Feuer auch so spüren. Das ist mir auch wichtig. Die Motivation und die Leidenschaft, also zumindest auf ein bestimmtes Thema. Warum sitze ich jetzt heute hier? Genau, warum bin ich hier? Genau, warum bin ich hier? Eva Scheuerlein hat das auch mal ganz cool noch auf den Punkt gebracht, als wir die Episode hatten über die Young Professionals. Das ist cool, wer mitbringt, wer bin ich, was kann ich und was will ich, dass man sowas schon mitbringt in diesem Werbungsgespräch, weil damit kann man natürlich super arbeiten. Wir haben ja bei der Selbstreflexion, wer bin ich, was kann ich, ist wiederum eher der fachliche Part und aber wo will ich hin? Das ist wiederum die Stelle. Eine Vorstellung darüber, welche Rolle könnte das sein? Wo sehe ich mich da? Ja, das merke ich schon relativ schnell im Vorstellungsgespräch. Also ein richtig gutes Vorstellungsgespräch läuft ja nicht ab, so wenn man sich ein Vorstellungsgespräch denkt, dass dann 20 Fragen kommen und man muss darauf antworten, sondern in meiner Wahrnehmung läuft ein richtiges Vorstellungsgespräch in einem modernen Setting, also einfach in einem Dialog ab. So, man tauscht sich aus, man hat eine Diskussion, man hat eine Meinung, man geht in eine gemeinsame Richtung, man hat einen gemeinsamen Plan, man entwickelt irgendwo Szenarien im Vorstellungsgespräch. Das ist modern, weil, sind wir ehrlich, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Also jetzt da ein Bewerber, der zum ersten Mal hier zu Leonard Weiß reinkommt, den mit 20 Fragen irgendwo ins Eck zuzudrängen und dass er nicht mehr weiß, was er antworten soll, das ist keine Kunst. Also das ist, ja, das kriegst du mit Fragetechniken hin, bringt aber nichts. Du verlierst den Bewerber, du liest gar nicht so richtig, was kann der eigentlich, was ist das für einer, sondern ein richtig gutes Vorstellungsgespräch ist ein Dialog, ist ein Austausch auf Augenhöhe, mit einer gewissen Leichtigkeit, ja. Ja, und auch nicht statisch, das sind nicht immer die gleichen Fragen, wo wir da bei der Schablone wären. Was ich immer spannend fand, worauf wir uns, also bei uns auch in der Schule drauf vorbereitet hat, überlegte immer, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, die Frage kommt immer, nennen sie bitte zwei Stärken und zwei Schwächen, die Frage habe ich noch nicht einmal so bekommen, also diese Klassiker. Das finde ich aber, da ist die Kunst, das meine ich mit Selbstreflexion, die Fragen kann man schon stellen, aber natürlich stumpf ist zu fragen, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, so. Ja, genau, aus dem Moment raus, also wenn man das an irgendeinem Thema festmachen kann. Ja, aber ich kann das schön verpacken, so wenn ich jetzt ihre Mama anrufe, was würden die so über sie erzählen, was können sie gut und was würden ihre Mama sagen, wo sie denken, das hätte sie nicht sagen sollen, ja. Also das ist dann wieder Fragetechnik und Moderationstechnik. Die Erwartung von uns ist natürlich auch nicht, dass wir irgendwelche perfekte Menschen hier vor uns sitzen haben, das sind wir auch nicht und das suchen wir auch nicht. Wir suchen immer noch Menschen und keine Computer. Von daher ist uns natürlich… Du musst ja vorsichtig sein, wir sitzen hier bei der IT. Ja, stimmt. Deshalb ist uns der ehrliche Austauscher einfach wichtig und unser Job ist einfach, wenn wir das Gefühl haben, dass es halt nicht so ist, Dinge auch mal natürlich zu hinterfragen, ja. Also es gehört ja auch zu diesem Dialog dazu, zu diesem Gespräch. Aber wir suchen was Echtes. Es geht nicht um Perfektion. Da können wir den Übergang vielleicht zu den möglicherweise HR-Hacks schlagen, um bei euch punkten zu können. Also wir wollen ja jetzt nicht alles preisgeben, aber es gibt so. Was, wo ihr sagen könntet, ja, wenn wir die, vielleicht immer fünf zusammen, ihr beide vereint, in Kombination jeder zweieinhalb, müsst ihr euch bei einem auch kurz absprechen. Wo ihr sagt so, ja, da stellt man einen Eindruck oder es ist was, was man vielleicht auch noch nicht so oft gehört hat. Wo ihr sagt so, ja, das sind die Punkte. Katharina? Also tatsächlich, ich glaube, es ist gar nicht so was wahnsinnig Außergewöhnliches, aber ich würde das jetzt schon als Tipp einfach mal mitgeben, dass man seinen Lebenslauf und die Daten seines Lebenslaufs soweit kennt. Und also man kann das natürlich sonst auch mitbringen, die Unterlage, das ist überhaupt kein Thema, wenn da einige Stationen sind, dass man das abliest. Aber dass man zumindest ein bisschen was sagen kann, was war meine Aufgabe, was habe ich dort gemacht? Also so das Thema Lebenslauf kennen. Und natürlich da dazugehörig auch die Rahmenbedingungen meines aktuellen Beschäftigungsverhältnisses. Das heißt, ab wann bin ich verfügbar? Wie sind meine Kündigungsfristen? Also solche Basics, das wäre schon, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da vorbereitet. Und vorhin hat man es auch schon mit Leonhard Weiß, also mit dem Unternehmen, wo man sich jetzt quasi beworben hat, dass man sich dafür einfach vorher sich die Homepage mal anschaut, wenn eine Messe ist, dass man die vielleicht mal besucht. Oder wir haben natürlich tatsächlich, das können wir vielleicht hier auch mal kurz erwähnen, viele Mitarbeiter, die über unser Netzwerk hier bei Leonhard Weiß begonnen haben. Bei knapp 7000 Mitarbeitern ist es natürlich ein Top-Recruiting-Instrument. Man kann die als Verteilersystem nutzen. Das zum einen. Und die Mitarbeiter wissen natürlich auch, was suchen wir, was erwartet die Leute. Und sich dann mit dem Netzwerk auch mal auszutauschen. Was zeichnet denn Leonhard Weiß aus? Also das ist, glaube ich, schon auch absolut in Ordnung, wenn Bewerber das Unternehmen oder jemanden kennt, der hier arbeitet, dass man sich da vorher schon mal austauscht und sich da eben auch vorbereitet. Also Vorbereitung finde ich gut. Manche Bewerber entschuldigen sich dann ein bisschen, wenn sie sagen, oh, ich habe mir da was aufgeschrieben, ich habe mir zwei, drei Fragen notiert. Ja, bring die mit. Also wir haben ja keine Prüfungssituation, wo du alles auf dem Kopf raushaben musst. Nee, schreib deine Fragen auf, bring sie mit und stell sie, was dich interessiert. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist schon ein Stück weit auch vorbereitet zu sein auf die Rolle, die wir suchen, auf die Funktion. Mal auch zuzugucken, was bringe ich mit, was passt zu der Rolle, da eine Klarheit zu haben. Also was wir in Vorstellungsgesprächen nicht sind, ist eine Jobberatung. Sondern im Motto, so, ich bin jetzt mal hier und jetzt erzählt mir doch mal, was ihr denn alles macht. Bundesagentur für Arbeit. Genau, wir sind, da gibt es Experten bei der Bundesagentur für Arbeit, die können das deutlich besser wie wir. Die haben ja auch ein ganz anderes Ziel. Das ist ein anderes Ziel, die können das deutlich besser wie wir. Ja, wäre auch legitim. Haben auch vielleicht mehr Jobs zu ausführen, können auch schon zu ausführen. Wir sind keine Jobberatung, das ist ein wenig übertrieben und ein wenig lustig beschrieben. Aber schon wissen, ein klares Bild zu haben, was könnte mich denn an der Stelle erwarten. Was halt immer sein kann, ist natürlich, dass es ein bisschen anders aussieht, wie meine Erwartung, ist aber vollkommen okay, dann reden wir drüber. Aber wo ich mich schwer tue, oder auch die Fachbereiche, ist, wenn dann der Bewerber gar nicht so richtig weiß, wenn du das Gefühl hast, ja, warum ist denn der jetzt eigentlich hier? Da kriegst du auch keine Qualität im Gespräch. Weil die Frage nicht beantwortet wurde, bevor ich ins Gespräch gegangen bin, was will ich? Man ist quasi noch in der Findungsphase generell. Genau. Was man möchte und somit kommt dann nichts Klares zustande. Das ist nicht schlimm. Ja. Wenn jemand sagt, ah, ich bin Bauingenieur und ich weiß aber nicht so richtig, wo die Reise hingeht und kein Problem. Ruf an, wir reden drüber, wir finden die richtige Stelle für dich, wir haben Ingenieurbau, Gleisinfrastrukturbau, Straßennetzbau, wir haben ein eigenes Planungsbüro, wir haben eine IT, wo auch Bauingenieure sucht und so weiter. Wir finden schon einen richtigen Platz für dich, ja. Ja, dann ruf doch vorher an, bei Katharina, bei unseren alten Kollegen, wie sie alle heißen. Jeder Ansprechpartner steht an der Stellenanzeige drauf, klingel mal durch. Wir können gerne helfen, dir die richtige Stelle zu finden. Aber bitte, wenn du dich bewirbst, dann sei doch sicher, dass das auch bitte was für dich sein könnte, wo du dich auch wieder findest, ja. Weil sonst wird es zäh und dann gibt es auch kein gutes Bild für einen Bewerber. Also das ist dann, ja. Ja, es sprüht sich ein bisschen nach Unentschlossenheit, was ja völlig okay ist, aber im Bewerbungsgespräch geht es ja dann schon um konkrete Rolle, auf die man sich ja bewirbt. Genau, das kommt auf unsere Messen, wir sind ja mit unseren Young Professionals, keine Ahnung, was hat 40 Messen im Jahr. Komm vorbei, lass dich beraten, wir helfen da gerne. Aber wenn du dich bewirbst, dann bitte sei doch vorbereitet auf die Stelle, die du doch gern haben möchtest. Top, ich fasse mal zusammen, jetzt sind es tatsächlich, wenn ich nichts vergessen habe, sind es sechs Hacks, die ihr zusammengebracht habt. Dann streichen wir nur da ein. Nee, das ist super. Das ist genau 50-50. Und zwar einmal, erstens hast du gesagt, Katharina seine eigene Vita kennen und den Aufgabenraum, den man hatte. Dann das zweite, seine eigenen Rahmenbedingungen kennen. Ab wann kann ich anfangen? Wie sieht das bei mir aus? Ist ja für den Übergang wichtig. Hack drei, sich schon mal mit dem LW-Netzwerk ausgetauscht zu haben. Ist ja auch über Plattformen wie beispielsweise LinkedIn oder wenn man welche aus dem eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis hat, mal gesprochen zu haben. Vor allem hier in Kreilsheim finde ich es krass. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, in den Austausch zu kommen. Ich glaube, in Göppingen oder in Bad Mergentheim, das sicherlich auch nicht. Kleine Ballungszentren, Frankfurt, Nürnberg, München, Köln, Hamburg, oben da. Gibt es im Verhältnis mehr Menschen, die nicht bei LW arbeiten, wie jetzt hier in der ländlichen Region, ja. Da haben wir noch Luft nach oben. Genau, also mit dem Netzwerk ausgetauscht zu haben, ist Lifehack, sag ich schon, Lifehack, ja. Life-LW-Hack Nummer drei. Dann Nummer vier, schreib dir deine Fragen gerne auf. Bitte mitbringen. Bring Stift und Papier mit, wirkt gut. Ja. Aber das ist ein kleiner Geheimtipp. Viele Menschen mögen es, wenn jemand kommt und einen Stift und Papier dabei hat, weil das wirkt vorbereitet und es wirkt, als ob sich jemand gerne Notizen machen würde. Selbst wenn es gar nicht der Fall ist. Selbst wenn es dann gar nicht der Fall ist. Das wirkt professionell, ja. Also wir haben auch zum Beispiel, was ich auch cool finde, teilweise Arbeitsproben, die jemand mal mitbringt. Also wenn wir jetzt jemand fürs Marketing oder auch für die IT, je nach Stelle, also gern da auch mal was mitbringen und zeigen. Also das ist, sind wir natürlich total offen auch. Absolut. Das wäre Nummer sieben dann schon. Dann machen wir die Zehn noch voll. Genau, die Zehn noch voll. Wenn wir noch auf weitere kommen, während ich es zusammenfasse, dann fasse ich sie nochmal zusammen. Dann haben wir nachher ein Sammelsorium. Genau. Das war einmal das Thema Fragen, aufschreiben und gerne mitbringen. Das ist völlig in Ordnung. Und Lifehack, LW-Hack Nummer 5 war, was bringe ich mit? Also klares Bild über die Stelle. Und als Angebot fand ich übrigens super, dass man, das war dann Nummer 6, vorher durchklingen kann, wer eben noch nicht die exakte Vorstellung hat, auf welche Stelle will ich mich denn jetzt bewerben. Dann habt ihr ja auch eine beratende Funktion. Und man klingelt durch, sagt sie, hey, worauf hast du Lust? Und ihr habt ja dann im Kopf, worauf das am besten passt und könnt entsprechend dann beraten. Ja klar, wir haben ein eigenes Team bei uns, wo sich um, ich versuche gerade eine deutsche Übersetzung fürs Recruiting zu finden, Personalgewinnung, sagen wir mal, kümmert. Daniel Müller, Grüße gehen raus. Er weiß und sein Team weiß, wo aktuell Stellen im LW-Kosmos rumschwirren. Wir roundabout, ich muss es überschlagen, aber unsere Homepage mit Ausbildung und Young Professionals sind schon so eigentlich gerade 350, 400 offene Stellen, die verkannt sind. Er hat einen Überblick und kann da ganz gut helfen, wie es funktioniert. Oder natürlich dann auch mal eine Initiativbewerbung schicken, da heben wir den Hörer und rufen mal an, wenn das Profil passt. Ja, oder halt ergänzend dazu kann man natürlich an der Stelle auch nochmal motivieren, zu allen Quereinsteigern auch. Also es muss gar nicht immer so der fachliche Background gegeben sein, wenn man sich jetzt für eine Stelle interessiert. Also jetzt als Beispiel, ich bin Bauingenieur und interessiere mich aber total für die IT zum Beispiel. Da haben wir natürlich auch Prozesse, die das begleiten. Dann kann man sich auch mal als Quereinsteiger bewerben oder für was ganz anderes. Also das ist hier bei Leonhard Weiß auch gelebte Kultur, dass wir da wirklich auch den Fokus und natürlich auch die Berücksichtigung sehr hoch auf das Thema Quereinstieg legen. Und im Gespräch, also wir haben es oft gehabt jetzt heute, man muss halt für das Thema, was man machen möchte, brennen. Man muss ein Ziel vor Auge haben. Und warum kann man da nicht auch einfach sein Jobprofil da mal wechseln, was Neues ausprobieren, wenn man das gern machen möchte, wenn das das Ziel ist. Also Quereinsteiger sind da auch sehr herzlich willkommen hier. Ja, oder ich habe ein Faible für Maschinen. Also wir haben ja einen riesen Fuhrpark an Baumaschinen. Ich habe ein Faible für Maschinen. Ich mag handwerkliches Arbeiten. Ja, da finden wir was. Oder ich habe ein Faible. Ich möchte Teil der Entwicklung der Infrastruktur sein. Ja, dann komm, wir haben große Projekte. Wir digitalisieren Deutschland. Wir bauen große Projekte mit der Deutschen Bahn zusammen. Komm, wir haben was für dich. Wenn du Bock hast, wir können es dir beibringen. Also in dem Sinne könnte man sagen, alle Quereinsteiger dieser Welt, vereinigt euch. Und wenn ihr für was brennt, dann bewerbt euch. Katharina und Daniel warten. Ja, klar. Top. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen und zwar ganz kurz. Erstens, Eigenvita kennen. Zweitens, deine Rahmenbedingungen kennen. Drittens, erwähnen, Netzwerk vorab schon nutzen. Viertens, Fragen gerne aufschreiben und Stiftung und Papier mitbringen. Körter dazu. Fünftens, klares Bild über die Stelle, auf die ich mich bewerbe. Sechstens, vorab durchklingeln, falls ich das eben noch nicht weiß. Siebtens, Arbeitsprobe. Wenn das die Stelle oder auf die Stelle Sinn macht, dass man da was mitbringen kann, wo man sagt, so hier, das ist ein Beispiel, wie ich das in der Vergangenheit zum Beispiel schon mal gemacht habe. Das heißt, es bedeutet auch, man könnte auch sagen, einzelne Aspekte sind gar nicht so entscheidend oder auch, wenn wir Schwächen hervortreten, genauso wie Stärken, sondern es geht um das Gesamtbild. Wenn man sagt, das kann man sich gut vorstellen, das probieren wir aus. Es ist so die Entscheidungsgrundlage, das was am wichtigsten ist. Ja, und am Ende des Tages, wie du gesagt hast, die Kollegen aus den Bereichen, die wir betreuen, begleiten, die müssen dann auch, oder die haben die Verantwortung, den Mitarbeiter zu integrieren, zu schauen, dass es ins Team passt und so weiter. Da liegt natürlich ein deutlich größerer Verantwortungsbereich in den Bereichen, was die Einstellung angeht. Wir begleiten da mit einer gewissen Gesprächsmethodik, Moderationstechniken, Fragestellungen. Auch nach dem Gespräch auch mal der Führungskraft ein bisschen zu helfen, den Bewerber richtig zu reflektieren, auch die Aussagen des Bewerbers noch mal in verschiedene Blickwinkel zu setzen. Das ist unsere Aufgabe, um zu hinterfragen, passt der ans Team, wie könntest du dir das vorstellen, wo ist der im Ideal schon angedockt, wer können die Einarbeitung managen, weil das Vorstellungsgespräch alleine ist ja nur eine ganz kleine Sequenz von dem, was noch kommt, Preboarding, Onboarding. Die richtige Power kommt ja danach. Also wie gelingt es dann, uns den Menschen richtig gut zu integrieren, wie gelingt es uns, den Menschen dann, sagen wir mal, gelb anzumalen, die Kultur mitzugeben, wie gelingt es uns, den Menschen so zu platzieren, dass er seine Stärken bestmöglich einbringen kann. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich einen habe und ich weiß, der hat zehn Potenziale, den muss ich schöpfen, dass er wirksam wird, sagen, nee, ich gucke, was kann er gut und versuche ihn dementsprechend zu platzieren. Nee, sehr cool. Also die Reise endet nicht nach dem Bewerbungsgespräch, wenn die Entscheidung dann darauf verfällt, ja, das können wir uns vorstellen, das probieren wir. Und ihr supportet durch und durch in dem Fall den Fachbereich, also setzt Impulse und entsprechend Partner in Crime aufs gemeinsame Ziel. Mit so wenig wie möglich Crime-Scene. Mit so wenig wie möglich Crime-Scene. Gehen wir zur eingebratenen Erinnerung, wenn es die gibt in euren Aufbandes, weiß ich nicht. Gab es ein Gespräch oder einen Bewerber, der euch wirklich so überrascht hat, dass ihr dachtet, oha, das habe ich ja noch nie gehört oder hast du ihn nicht gesehen? Also irgendwie, da hast du, ah, okay, also das kann ja sowohl im, also im Negativen, also im Positiven oder im Besonderen sein, wo du gesagt hast, oh, okay. Also ich glaube... Also was man erzählen kann, ist das vielleicht eine Sache, die man nicht erzählen will. Also es ist definitiv so, wir haben viele Gespräche schon geführt weiter. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, irgendwo Daily Business, also das ist so Teil des, Teil unseres Jobs. Deshalb haben wir da eine unheimlich große Bandbreite natürlich schon erlebt von Gesprächen. Und also den einen Fall, schwierig. Also das sind natürlich von sehr lustige Momente, aber auch mal hin zu emotionalen Themen, ja. Also dir sitzen dann Menschen gegenüber. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist besonders, jedes Gespräch verläuft auch anders. Jeder Mensch bringt eine eigene Geschichte mit. Und ob das jetzt mal irgendwas, also ein Handicap oder ein Schicksalsschlag oder aber auch einfach eine tolle Entwicklung ist. Also ich kann mich, ich tue mir da schwer tatsächlich, möchte mich da gar nicht so auf einen, ein Gespräch irgendwie festlegen, sondern das ist ja tatsächlich... Weil die Bandbreite so groß ist. Ja, die Bandbreite ist da einfach sehr umfangreich. Also mich persönlich fasziniert es einfach. Und das finde ich toll. Und wenn man jetzt, ich sage mal als Beispiel, seine, die Hauptschule gemacht hat und dann vielleicht vermeintlich erst mal sagt, okay, welche Perspektive stehen mir beruflich offen, hm, weiß ich nicht, aber sich dann trotzdem durch vielleicht einen Realschulabschluss und dann eine Ausbildung oder eine Abendschule, Abendabitur, Studium, Ausbildung und dann irgendwo wirklich so hoch gearbeitet hat, weil man ein Ziel vor Auge hat, für das man brennt. Und das finde ich faszinierend. Einfach eine Sache für ein Ziel, sich dann nicht durch vermeintlich irgendwie schulisch schlechte Note zu dem Zeitpunkt dann irgendwie runterziehen lässt, sondern weiterhin an sich glaubt und dann wirklich den Weg, den man hat, verfolgt und seine Ziele, die man hat, einfach weiterverfolgt. Ich finde, sowas begeistert mich. Das finde ich faszinierend. Wenn man für sich selber kämpft. Ja. Im Grunde das dann sieht. Das finde ich cool. Und man muss auch ehrlich sagen, ein Vorstellungsgespräch ist natürlich auch was sehr Vertrauliches und was Sensibles. Also das ist, da geht es dann am Ende darum, dass wir eine Stelle mit einer Person besetzen. Ja. Und da geht es auch mal dann um das Thema Ablehnung. Ja. Also wir müsse da auch letztlich eine Entscheidung treffen. Umgekehrt, also wir haben vorhin Arbeitnehmermarkt gehabt. Umgekehrt geht es uns natürlich, uns widerfährt auch Ablehnung. Also wenn wir uns für jemanden entscheiden, der uns dann nicht möchte, sondern sich für eine andere Firma entscheidet. Also das ist ja schon ein sensibles Thema. Ich möchte hier auf keinen Fall die Schweigepflicht nicht auf, oder Schweigepflicht aufbrechen. Das stimmt schon. Das sind alles sehr individuelle und im Grunde ja auch sehr keine öffentlichen Gespräche. Da habe ich die Frage, ob man die überhaupt beantworten kann oder ob du was hast, was man dazu sagen kann, Daniel. Also ich glaube, das ist aber auch das, warum wir den Berufsstand teilweise gerne machen. Einfach Menschen kennenlernen. Es gibt tolle Storys. Ich mag es, wenn jemand einfach für das, was er tut, das geil findet. Also wenn du einen... Oder du anfängst mit zu fiebern. Ja, nee, weil ich einfach... Ich mag das, wenn Menschen Begeisterung haben und Ausstrahlung haben und Positivität haben und du stellst einen Gleisbauer ein und der brennt für das Thema und hat Bock auf Umbau von Weichen. Jetzt bin ich da völlig fachfremd, aber wenn ich dann merke, die haben einen guten Austausch, der Fachbereich und Ähre und die sind auf Augenhöhe, das ist dann cool. Oder wenn du natürlich... Was haben wir zuerst schon? Du liest einen Lebenslauf und denkst, naja, interessant. Und dann kommt der Bewerber und der flasht dich halt völlig. Das macht es dann schon aus, ja. Klar ist, aber Bewerber... Ich sage dann immer, ja, wenn uns der Bewerber im Vorstellungsgespräch zeigt, dass er nicht zu Lennart weiß passt, das ist doch auch vollkommen okay. Dann ist das ja auch da. Dafür ist es doch auch da. Also das ist ja dann auch vollkommen okay und dann gibt es einen wertschätzenden Anruf. Also wir versuchen wirklich, auch jeden Bewerber, der bei uns im Vorstellungsgespräch war, im Nachgang nochmal zu kontaktieren, telefonisch und ihm persönlich mitzugeben. Also wenn wir ihn einstellen, sowieso, klar. Aber auch wenn wir jetzt keine Stelle für ihn haben, da auch nochmal persönlich ihm abzusagen, weil das auch wichtig ist, da den Menschen das mitzugeben und nicht nur irgendwo eine E-Mail rausschicken und sagen, hier, schade und Gutes, sondern da auch nochmal kurz telefonisch den Kontakt suchen. Herr Fünnig, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das gilt ja für beide Seiten, also rauszufinden. Du hast ja gesagt, ob er zur LW passt, findet ihr raus. Er findet ja auch raus, hey, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Match ich dazu? Also kann auch am Ende ja genau andersrum sein, dass der Bewerber sagt, ah ja, ich stelle mir was anderes vor, passt nicht zu mir, muss ich an einer anderen Stelle für mich was suchen, was matchen? Und dann müssen wir aber genauso authentisch sein. Also es bringt ja auch nichts, wenn wir uns im Vorstellungsgespräch verstellen, um dem Bewerber zu gefallen und nachher kommt er zu Leonard Weiß und die Aufgabe ist eine ganz andere, wie wir im Vorstellungsgespräch besprochen haben. Das ist nicht gut, genauso ist es nicht gut, wenn der Bewerber sich verstellt und merkt, ah, wenn ich das jetzt aber sag, ich glaube, das könnte denen gefallen. Bringt nichts, das hält ein wenig, aber du kriegst keine Verbindung zusammen. Drum ist authentisch sein, da ist so sehr wichtig, echt sein, ja. Sei wie du bist. Echt sein, wichtig, ja. Und wir haben auch keine Schablonen, also ich kenne auch andere Vorstellungsgesprächssysteme, die sehr stark über Gesprächsleitschäden funktionieren und dann eine Sollkompetenz und was weiß ich was. Ja, auch okay, aber wir ticken da anders. Wir wollen ein gutes Gespräch haben, einen guten Austausch haben und ein Gefühl haben, passt der zu uns. Individuell am Menschen orientiert. Ja. Hielt ja generell für unsere Branche. Wir sind eine sehr menschengeprägte Branche, was Bauunternehmung angeht. Ja klar, aber das ist doch auch geil. Absolut. Gut. Ja, wir stellen keine Chute ein, was du vorhin auch gesagt hast, Katharina. Ich habe zwar keine, das finde ich immer spannend, wenn man sich, wenn man bei was mitfiebert, von dem man eigentlich gar keine Ahnung selber hat, aber weil er das so gut erzählt, ist immer so, boah, ja, bin ich dabei. In der Vorstellung dauert ein Vorstellungsgespräch ja immer eineinhalb Stunden und man hockt dann drinnen und kommt verschwitzt raus. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also wenn jetzt auch bei uns an die gewerblichen Kollegen denken, da dauert manches Vorstellungsgespräch eineinhalb Stunde. Ja, und dann war das gut und dann hat es funktioniert und du hast sicherlich mal Sprachbarrieren. Leonard Weiß ist, trotz allem schwäbischen Ursprung sind wir eine internationale Firma mit sehr vielen Nationen, die bei uns arbeiten. Natürlich sind da gewisse Sprachbarrieren da. Das ist doch auch okay. Also wir schreiben doch keine Bücher, sondern wir haben eine Produktion auf den Baustellen. Ja, die Baustelle ist auch international. Genau. Also in der Sprache, das macht es ja auch so mega abwechslungsreich. Aber in dem Fall ist ja noch nicht verschwitzt aus Bewerbungsgesprächen rausgekommen. Also wenn, dann lag es an den Außentemperaturen. Außentemperaturen. Wir kommen jetzt schon langsam Richtung Abschluss. Ich habe jetzt noch mehr was aufgeschrieben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar habe ich, wir testen das einfach mal. Wenn es gar nichts ist, muss ich das halt rausschneiden. Jetzt kriegen wir von Patrick Vorstellungsgesprächsfrasen um die Ohrenkampere. Welches Küchengerät wären Sie, Frau Walz? Also ich finde es schön, ich finde es schön, dass du das sagst, weil ich habe mich davon gestern von ihr noch inspirieren lassen. Aber ich dachte, ich nehme das nicht das Küchengerät, weil es nicht so passt. Die Killer-Phrasen des Vorstellungsgesprächs. Es gibt doch immer so Rubriken in irgendwelchen netten Wirtschaftsmagazins, Zeitungen, bereiten sich auf diese Fragen. Do's and Don'ts, genau. Do's and Don'ts. Ja, wobei das schon wieder diese Schablonen-Ding meistens ist mit den Do's and Don'ts. Finde ich fast manchmal cool, wenn diese Do's and Don'ts dann tatsächlich gemacht werden oder humormäßig. Aber ich habe eine Schnellfragerunde. Was bist du und warum? Und ich habe als erste Frage, welches Tier wäre dir? Katharina, welches Tier wärst du? Welches Tier? Ja, Daniel? Jetzt frage Menschen, die regelmäßig einen Vorstellungsbringern sitzen, solche Fragen. Patrick, das ist gut. Ja, ach, das lockert auf. Welches Tier wäre dir? Also ich fange an, ich wäre eine Eule. Weil du nachts wach bist, oder? Ja, genau. Nachtsmensch und ich fand Eulen schon immer faszinierend. Beobachter mit den riesigen Augen und du siehst manchmal nur die Augen, wenn du in den Wald schaust und die können fliegen. Also ich finde den Blick von oben immer, da fliege ich auch gerne mit meiner Drohne. Ich würde jetzt eher ein bisschen herleiten. Ich glaube, ich wäre ein Delfin, weil ich auch einfach, ich bin gerne im Wasser. Ich schwimme auch gerne. Ich glaube, ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Also ich fühle eigentlich keinem was Böses. Und ich glaube aber auch, so ein Delfin ist wegen ein Schlitzohr. Also das stimmt, das passt ganz gut. Ich glaube, ich wäre so spontan vielleicht ein Leopard. Ein Leopard ist für mich, ich habe gerade nach einem Tier überlegt, das schnell ist, das dynamisch ist, das fasziniert mich irgendwie. Das so, ja, eine Beute hinterher, das klingt vielleicht seltsam, aber das so. Das macht dir keine Angst. Ja. Nein, nein, das ist einfach vielleicht. Katharina, die Jägerin. Ja, das ist so, weiß ich nicht. So ein Ziel hat, Du jagst nach Authentizität. Ja, du jagst alles, was echt ist. Ja, so was Dynamisches, irgendwie so. Das finde ich super. Jetzt, weil ich vorhin drauf kam, welche Küchen, welches Küchengerät bist du? Welche Baumaschine oder Gerät wärt ihr? Katharina. Ich überlege, welche gibt es. Nein, ich habe ja schon das Vergnügen, Körperstellen zu besuchen. Also was ich damals super spannend fand, weil ich das Gerät auch gar nicht kannte, war dieser Gräter, der da an diesen ganz steilen Hängen hier die Begradigung macht. Ob ich jetzt dieses Gerät wäre, das stelle ich nochmal in Frage. Also, welchem Gerät ich mich identifiziere? Bei dir? Ich habe es lange überlegt, ich glaube, ich wäre so ein Zwei-Wege-Bagger. Ich glaube, ein Bagger ist sehr vielseitig. Man kann vorne verschiedene Anbaugeräte hinmachen, um verschiedene Aufgaben zu verrichten. Sicherlich gibt es noch Spezialmaschinen, die das deutlich besser können wie so ein Bagger. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Allrounder und beim Zwei-Wege-Bagger, der kann natürlich sich überall bewegen. Der kann auf dem Gleis arbeiten, der kann aber auch abseits vom Gleis arbeiten. Also der ist ein geländegängiger Allrounder. Bei mir ist das der Kragen. Wir suchen übrigens zwei Wege-Bagger-Fahrer, also auch wenn hier jemand Lust hat. Ich habe mich auch schon gefilmt, zwei Wege-Bagger beziehungsweise TÜV davon tatsächlich. Ist ganz spannend, wenn du sowohl auf dem Gleis als auch auf dem ganz normalen Gelände querfeldein Allrounder kann nur nicht schwimmen. Aber er nur einen Arm hat. Weil er nur einen Arm hat, genau, er bräuchte zwei Arme. Welche Stadt wärt ihr? Boah, welche Stadt? Hat mich die Frage so gut, dann muss ich sogar überlegen, ob ich dir mein Repertoire für die Vorstellungsgespräche aufnehme. Aber die kundischen Vorstellungsgespräche ist ja auch mal, den Bewerber kurz aus der Situation rauszukriegen, der sich vielleicht vorstellt. Also warum stellt man solche Fragen? Die Fragen stellt man natürlich, um das Gespräch mal kurz in eine andere Richtung zu kriegen und den Bewerber mal kurz zum Nachdenken zu bewegen. Ja, aus dem erwartbaren Muster, was er eigentlich erwartet oder sie erwartet hat, rauszunehmen. Genau. Welche Stadt? Meine lieblende Stadt ist New York. Ich mag es aber auch in Kreisheim zu wohnen. Also das ist... Also welche Stadt? Ich bin so Skandinavien-Fan. Also dort bin ich gern, das fasziniert mich. Aber dass ich da jetzt eine spezielle... Also zusammengefasst heißt das, wir haben hier die dynamische Leopardin Katharina sitzen, die mit ihrem Gräter durch Skandinavien streift und gegenüber von ihr sitzt ihr HR-Business-Partner in Crime, der Delfin Daniel in seinen Zwei-Wege-Bagger, der einarmig im Hudson River schwimmt bei New York und die Eule Patrick, die in London auf dem Kran zusteuert. Damit haben wir alles abgedeckt, finde ich, zu Land, zu Wasser und zu Luft. Das war so Herzplatz-Dai, Susi, fast zusammen. Damit haben wir ein Ende geschaffen, was wir so noch nie hatten. Danke an euch beide, einmal an die Leopardin, einmal an den Delfin. Die Eule bedankt sich, dass ihr als Gäste hier wart und ich freue mich aufs nächste Mal, wann immer das mit euch sein wird. Vielen Dank. Danke Patrick. Super, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Das waren unsere heutigen Gelbtöne und damit bist du als Hörer nun auch Teil dieser Leonard-Weiss-Plattform. Ich freue mich über Response und eine Rückmeldung von dir, wie du die Episode fandest. Als Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Podcast-Website. Auf unsere nächsten Warum-Erzähler und Einblickgeber. Bis zum nächsten Ton. Ciao.